Die Brücken sind für die Wirtschaft systemrelevant. Alles, was von Westen nach Osten transportiert wird, geht über die Rheinbrücken. Aber auch viele andere Brücken, insgesamt 1.000, sind ganz stark gefährdet. Und insofern für die Wirtschaft ist es das entscheidende Thema. Waren können nur über Brücken transportiert werden. Sie brauchen die Verkehrsinfrastruktur. Wir sehen gerade an der Ramedetalbrücke einen Schaden am Tag von einer Million Euro. Das ist im Prinzip dort genau spürbar. Und wenn wir die A1-Brücke hier im Rheinland sehen, sehen wir auch genau das Gleiche, welche Auswirkungen das für die Wirtschaft hier vor Ort hat. Insofern braucht Wirtschaft funktionierende Brücken, braucht leistungsfähige Brücken, tragfähige Brücken. Und insofern ist das die entscheidende Frage für die Wirtschaft hier im Rheinland. Wir fordern von der Bundes- und Landesregierung ein Sondervermögen für Brücken, für unsere Rheinland-Brücken von 10 Milliarden. Wir würden uns auch wünschen, eine Brückenkonferenz geführt unter Leitung von Umweltminister und Verkehrsminister Krischer oder auch und Frau Neubauer, unsere Wirtschaftsministerin, wie eine Planungsbeschleunigung, wie eine Priorisierung auch von Brücken, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, um zu sehen, ob unter Umständen auch unterjährig sich die Priorität der Brücken verändert haben. Vielen Dank.